hallo ein kleines zwischen video heute von meiner einzelne anlage und eine batterie die mir von power queen zur verfügung gestellt wurde kleiner zwischenstand von meiner anlage bin ich auch gerade dabei das zu erweitern das video haben wir jetzt hier drinnen verschoben auf meinen schuppen weil auf dem dach springen die dachdecke rum und machen gerade mein dach neu für die neue erweiterung meiner pv anlage so mehr videos dazu dann nächstes und übernächst aber hier möchte ich euch jetzt einen akku vorstellen von power queen der mir zur verfügung gestellt wurde da packen wir das gute stück mal aus die alte anlage auf dem dach habe ich wie gesagt schon zurückgebaut komplett alles neu gemacht da kommt jetzt trapezblech drauf und wenn alles klappt nächste woche mittwoch donnerstag bekomme ich meine neue pv anlage aus österreich so jetzt zu dem von der batterie obendrauf habt ihr erstmal ein umfangreiches material gebrauchsanweisung und technische daten von der batterie wir reden jetzt von einer voli febru 4 batterie 12,8 volt und 100 amper stunden und 100 ampere bms nicht schlecht so schauen wir mal rein was in die bakke drin ist die batterien sind halt zum vorteil für wohnwagen camping sehr leicht handlich schnell anzuschließen und eine sehr lange lebensdauer ihr habt ein bisschen material schrauben und muttern die batterie anzuschließen an euer bestehendes system das ganze vier schrauben zwei abdeckungen pro unterlegscheiben das ganze aus edelstahl wie ihr sehen könnt die batterie ist sehr gut verpackt sehr dickes material so dass beim transport nichts passiert übrigens zu dem zur power queen habe ich unten im video was verlinkt da kriegt auch noch einen schönen rabattcode rein das sieht nicht schlecht aus das gute stück mal raus mit der normalen auto batterie könnte das so nicht machen weil sie zu schwer sind das ist der vorteil bei die febru 4 zellen die werden vier stück verbaut sein mit bms komplett überwachen und steuerung 100 ampere bms ist verbaut ein schöner tragegriff so sieht es von der seite aus die firma die febru 4 12 volt 12 gemacht und 100 amper stunden hier oben habt ihr eure kontakte einmal plus einmal minus das ganze ist vergossen so dass ihr keine verunreinigung reinkommen trägt oder wieder feuchtigkeit schöne abdeckung einmal plus einmal minus so sieht das ganze auf der rückseite aus qualitätsmäßig sehr gut verarbeitet sieht nicht schlecht aus jetzt gucken wir mal den die spannung an im auslieferungszustand ich hoffe ihr könnt erkennen wir haben jetzt eine spannung von 13 17 volt im auslieferungszustand das schauen wir gleich mal in die gebrauchsanweisung mit rein zu den technischen daten wir sind sogar schöne aufkleber dabei sehr übersichtlich batteriesystem 12,8 volt ladespannung 14,4 plus minus 0,2 volt empfohlene ladeleistung 20 ampere 0,2 c dauerstrom 100 ampere maximal dauerleistung dauerleistung 1280 watt kann man hier ziehen ja schrauben ist ja wie gesagt ganz klar bms wie gesagt groß ist drin mit 100 ampere so was wäre jetzt hier noch wichtig zu sagen wie gesagt gewicht zehn kilo die febru 4 40 in widerstand 4000 ladezyklen ist angegeben ladezyklen bedeutet immer voll machen leer machen das immer ein zyklus macht das halb leer und tut er wieder halb die andere hälfte wieder aufladen das ist ein halber zyklus also einmal voll machen einmal leer ist ein laden zyklus entladestrom maximal 400 ampere was nicht unerheblich ist für eine sekunde geladen kann die batterie werden von 0 bis 50 grad minusgrade mögen die batterie natürlich nicht die febru 4 ist ganz klar muss aber auch nicht sein so was wäre jetzt hier noch relevant überspannung schutz ist alles mit verbaut bms balance ist alles integriert was auch sehr wichtig ist viele wollen ja kein 12 volt system sondern 24 oder 48 volt dann wäre das sehr interessant für euch ihr könnt ihr wie gesagt vier batterien in reihe schalten so dass ihr auf 48 volt kommt sind wir bei einer spannung von 51,2 volt und 100 ampere die 100 ampere bleiben wie gesagt aber halt 48 volt das ganze ganze könnt ihr auch als 24 volt machen das wie gesagt eine reihenschaltung die 12 volt mal 4 und auf der anderen seite habt ihr eine parallelverschaltung das heißt alle zählen alle plus miteinander verbunden alle minus miteinander verbunden das bleiben dann 12 volt und 400 ampere stunden soviel dazu da halt die vierfache leistung diese batterie zur verfügung stellt damit könnt ihr also schön 48 volt system aufbauen was ihr jetzt hier im hintergrund auch seht das wie gesagt meine anlage auch 48 volt ihr habt ihr noch wie gesagt alles schön mit display wir laden jetzt auch gerade 2700 watt wir sind bei 98 prozent das ganze system versorgt wie gesagt meine ganze klimaanlage mein pool und alles was im haushalt ist batterie kapazität sind wir hier bei 46,6 kilowattstunden die hier rein passen verschiedene ladesysteme geplant wie gesagt die alle noch zu der batterie zurück von power queen ihr könnt die batterie laden mit solchen ladereglern hier die gibt es in ganz klein und auch größer für 12 volt 24 und 48 volt systeme du musst halt gucken die technischen daten vom laderegler die sind sehr hochwertig gibt es überall zu kaufen das jetzt weiß ich jetzt ein kleiner relativ klein das ist mal jetzt ein ganz großer von viktron die gibt es übrigens zu kaufen bei prevent gmbh könnt ihr auch mit vorbeischauen damit könnt ihr wie gesagt die batterie schon laden überwachen mit bluetooth und was alles so möglich ist alle parameter könnte einstellen ein großer laderegler wird hier wahrscheinlich hier oben mal weiter hoch schwingen genau hier oben kommt jetzt mal eine neue abdeckung drauf und da kommt ein ganz großer laderegler der 250-100 kommt ja alle wand für das neue system nächste woche wird das dach neu aufgebaut beziehungsweise die neue pv-anlage mit 4500 watt mit einem ganz großen laderegler was dann hier im system mit eingebunden wird und das ganze ganze ist biwertzahl und mental sogar verstellbar von der firma aus österreich kleine das ist keine information im sommer ist es zu viel leistung wie schon mehrfach erwähnt aber ich plane halt auch für den winter vor dass da mal vier wochen sechs wochen schlecht weiter sein da hat man da wenigstens noch ein bisschen was von darunter kommt wenn man da genug pv leistung hat so wie gesagt das ganze wird unten im video alles mit verlinkt da könnte man mit vorbeischauen und rabattcode ist alles mit dabei ja wer sowas haben möchte einfach mal auf die webseite mit vorbeischauen und dort kaufen ich danke euch fürs anschauen und die nächsten videos meine erweiterung meiner anlage das ganze gibt es gibt es glaube sogar noch eine förderung die beantragt wird und noch meine neue abnahme meiner ganzen anlage ich danke euch bis zum nächsten video